Er ist mit einem Klebeband gesichert, das mit der Hand nicht entfernt werden kann. Ja, man kann das mit der Hand definitiv nicht entfernen. Ist klar, man kennt das. Das ist so Panzertape, was quasi seinem Namen alle Ehre macht. Da kannst du nur mit dem Panzer das aufmachen. Ganz klare Geschichte. Ganz klare Geschichte. Okay, hier bräuchte ich ja mal Dietrich. I need a lockpick, my friends, I need a lockpick. What do we have here? Von der anderen Seite verschlossen. Na dann. Warum? Warum? Ist hier irgendwas krasses? Oh. Oh. Kann ich mich irgendwie zur Seite... Tadam. Geht's ihm schlecht? Hallo? Oh, die Eitel ist weg. Wo ist der? Oh, oh. Oh, bitte nicht. Wir müssen in den Loop und Freunde, nützt nichts. Nicht bewegen. Oh, falsche Richtung. Oh Gott. Okay, ich geh jetzt hier lang, Freunde. Fuck it. Oh, der ist er wieder. Kräftig. Kräftig sag ich euch. Oh, der ist deine Zeit. Attack. Dude. Huh. Huh. Wie schnell ist der? Huh. Huh. Au. Dude. Das tut weh. Ich will das blocken. Au. 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 Okay, ich glaub ich muss doch mit Dingen zu machen. Freunde mit Controller. Kriech das nicht ganz so gut hin. Ich muss nochmal neu starten. Fuck it. Faller is dead. Yeah, I'm pretty much dead. Und Jinx auch die einen wunderschönen. Guten, guten. Da geschehen ist er auch der West. Vor Jack verstecken. Sich in den Schatten zu... Okay. Ist okay. Okay, da ist er noch. Ich mach das jetzt mit Control... Äh, mit Maus und das ist die Roboter, Freunde. Ansonsten hab ich hier echt ein Problem. Okay, jetzt muss ich mich vor ihm verstecken. Zurück, zurück, zurück. Alles cool. Alles cool. Na, Kütze, 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 Kütze. Kommst du, kommst du, kommst du. Ach du heiliger Cookie. Yeah. True that. Oh Gott. Moment bitte, jetzt gleich... Oh, der kommt da. Wir müssen kurz warten, bis er da rein macht. Hoffentlich. Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davonschleichen? Jetzt kommt er da lang. Sollen wir jetzt hier weiter rennen. Weg, 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 weg. Oh, Controller dreht durch. Der Controller dreht durch. Der Controller dreht durch. Lass mich hier in Ruhe. Pisser. Leave me. Oh, der kommt von da. Oh Gott. Lauf einfach weiter. Just keep walking, guys. Keep walking. Oh, wobei. Oh ja, oh ja, oh ja. Take it. Killerklappe. Nice. Du bist jetzt Teil der... Ich warte. Warte. Mach auf. Tschüssikowski, mach auf. Aha, kommt der hier hinterher? Oh. Ist der über mir? Nee, das ist mein Schatten. Oh Gott, ich dachte schon. Holy shit, ich dachte schon. Puh, ich kriege wieder ein bisschen Gänsehaut. A little bit. Hedge escape, yes. I'm the last survivor, guys. I'm the lost survivor. Sollte immer da sein. Ich wollte mich ja verabschieden, but... Ne, da ging halt einfach da über mir was wieder zu. Ticke Münze. Sehr schön. Alles mit dem. Let's take it all. Let's take it all. Wenn du das... Aber es scheint nicht mehr zu regnen, oder? Es scheint nicht mehr zu regnen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. Aber es scheint nicht mehr zu regnen. Magst du kurz herauskommen? Dankeschön. Dankeschön. Thank you. Was ist mein Nier? Die Miefen. Furchtbar. So. Waffenobjekten hinzugefügt. Waffe. Orbert. Äh. 0-1-R-Objekt. Die Geheimnisse der Verteidigung. Ah, guck mal. Haben wir direkt schon wieder eine Waffe. That's sweet, guys. That's pretty damn sweet, isn't it? Reduziert den erlittenen Schaden beim Blocken maximale Wirkung, wenn sie auch das Wesen der Verteidigung bei sich tragen. Haben wir aber nicht. We don't have that, but we do have a weapon now. And I guess it's a strong one. So, Karte des Haupthauses. Ich glaub, wir dürfen an der Stelle noch nicht mal mehr eine, äh, noch nicht kleine Waffe haben eigentlich, oder? Ja, lass mal drüber speichern. Wird dir speichert, Freunde. All the deals. Everything is just fine. So, guck mal, eine Stunde. Dingens haben wir schon. Ah, sweet. Ich hoffe, die ist krass. I really do hope so. Kraut und flüssige Chemikalien. Alles mitnehmen, Freunde. Everything. Let's take it all. Aha. Ja, guck er an. Direkt der erste Dietrich. Entriebe. Hallo? Gut gemacht, Ethan. So, ich stimm's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Stell und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Er ist wichtig, Freunde. Er ist wichtig, dass wir wieder. So. Reizendes Mädchen. Ja, richtig reizend. Richtig, richtig reizend. Warte mal, wie kann ich jetzt nochmal blocken? Warte mal, so ging's nicht. Wie kann ich... Wie ging's mit dem Block hin? Freunde. Ach, okay, mit Dings. Lohnt es sich, das halt mitzunehmen? Lohnt es sich, das halt mitzunehmen? Oder ist es einfach nur doof, weil man dann schneller dieses Inventar voll hat? Ich nehm's einfach mal mit, ne? Aber die kann ich erstmal wegpacken. Die brauchen wir nicht. Die packe ich auch erstmal weg. Die packe ich auch erstmal weg. Den Titi können wir eventuell gleich benutzen. Okay. Let's fetz, Freunde. Let's fucking fetz. Da hinten war ja schließlich was, was wir aufmachen können. Let's do it then. So. Open up. This is the police. Ah! Erste Hilfe. Guck mal. Ah! Kriegen wir nachher unsere Sachen eigentlich wieder? Weil... Kann ich hier nochmal was looten? Okay, sehr schön. Jetzt nehmen wir nochmal mit. Jetzt haben wir wieder fünf Schuss mehr. Awesome. Hier war nichts drinnen. Okay. Okay. Ich hab halt keine Nahkampfwaffe. Ich möchte jetzt hier ehrlich gesagt die Kisten nicht kaputt schießen. Blast their skulls. I try my very best. I try. Tried so hard. And got so far. Okay. Scheiden Mädel zu sein. Scheiden sie aber nicht ganz so zu mögen. Sonst wäre ihr Gesicht nicht durchgestrichen. I guess. Mal hier. Oh, ihr fehlt was. Something is missing here, guys. Nice. Er sieht ziemlich arrogant aus. Das ist das verrückte Ehepaar von vorhin. Yes. Maybe. Maybe. Kann ich halt nicht kaputt machen gerade, ne? Sollte Zoe sein. Possible. Possible. Truly and utterly possible. Muss ich nur mal kurz einmal schauen. Warte mal. Hier können wir das Kraut noch mal mitnehmen. Ich hab jetzt. Wie hör ich denn? Hallo? Me? Are you talking to me? You're talking? Okay. Hello. Hey, hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig. Zurück. Hey, calm. Everything is just fine. Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay. Uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt es Irre, die mich umlegen wollen. Verdammt. Ja, na gut. Ich sage Ihnen folgendes. Sie scheinen Sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben. Okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das ging schon besser. Sag, ich liebe dich. Ich liebe dich. Dort reden wir. Hey, halt. Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Genau. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie in Hellstern um mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Wollen wir mal anstatt ihm gleich die Wunde zu zeigen, ne? Hier, guck mal. Da war, da war mal, ne? Hand ab und so. So krass sind die drauf hier. Was soll ich mit einem Messer? Jetzt, bitte beruhigen Sie sich, ja? Besser Messer haben, als besser Messer nicht haben. Irgendwie so. Aber jetzt können wir hier zumindest ein bisschen die Sachen kaputt machen. Ach, noch ein bisschen Munition. Das ist super. Wobei, da hinten hat man ja noch... Warte mal. Kurz mal hingehen. Zu dem Figürchen, Freunde. Ja? Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Deswegen hauen wir es jetzt mit dem Messer. Stabby, stabby. All right. Stabby. Stabby, the daddy. Or something like that. Oh, yeah. We have orbit, yes. We do have orbit. So, aber hier müssen wir, glaube ich, erst mal mit dem Messer arbeiten. Führt keinem Weg dran vorbei. Als ob man das nicht mit der Hand hätte aufkriegen können. Kannst du mir erzählen, was du willst. Bei mir ist das so typisch Ami-Style, ne? Anstatt irgendwie was festzuschrauben. Anstatt irgendwie was festzuschrauben, sonst ist es einfach mal irgendwie festkleben. Hello, Mister? Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Mein Job ist zu antworten. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Dorf. Das Dorf. Das Dorf. Das Dorf. Das Dorf. Das Dorf. Ich nehme das. Scheiße, wenn ich jeden Einzelnen von euch nicht lebe. Okay. Ich möchte nicht sterben. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, das ist so. Okay, 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 cool, cool. Kann ich da sowas nehmen? Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Messer, Messer. Oh, nein, 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 nein. Pst, ahhhh, ihr meint das Gesicht. I love to peefe. Okay, lass ja hier rein. Okay, hey, yo! Noooo. Let me lose. I want to live, my friend. Oh oh... Starten besser zu laufen, Junge! Uh, could you, could you please... Oh, yeah! Uh oh. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh nein! Ouch, ouch, ouch! Wann ich mich jetzt überfahren? Shit! Fuck! Okay, we have to try it again. Ert ihr uns mehr? Yes! Ich versuche, ich versuche. Kampf in der Garage! Halten Sie in der Garage nach Objekten ausschauen. Okay, okay, das kennen wir ja schon. Come on, come on. Can I skip it? Can I skip it? No. At least not that. Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen! Sie sind tot, yes! Ich bin tot, pretty much. Haken Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das drauf! Schlau! 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 Jetzt kannst du uns wieder aufhören! Einfach durchhalten, yes. Okay... Schlau! 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 Scheiße! Ich werde jeden einzelnes von euch umlegen! Come on, mach anders teil. Yippie, yippie. Oh, der Willdurer. Oh, yeah. And again. Yeehaw. Oh, der steht noch mal auf. You really want to? Okay. Rum, rum. Oh. Wie kommt er da hin? So, das wollte ich auch schon immer mal machen. Yeah, it's a nice feeling. It's a really nice feeling. Oh, oh. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. Spritzt du, wie ich gestern mit deiner Frau? Kleiner Spaß. Bitte beruhigen Sie sich. Oh, boy. Da haben wir aber noch mehr Glück gehabt als er. Oh, yeah. That's what I'm talking about. Dann mach ich jetzt schon wieder die in der Hand. Oh, oh. Hi. Äh, jetzt kann man ein bisschen looten, glaube ich, oder? Oh, Junge. Schau, was du angestellt hast. Scheiß Kerl. Oh, no, 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 no. Das ist nicht vorbei, weißt du. Oh, no, no, no. Die Rieße nach Barbecue. Getting hungry. Just a little bit So komm jetzt, war das vorhin auch schon? Warte mal Komm gleich da nicht Aha, ooooh Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was wunderbares sehen Scheiße! Roasted father, yes And Yeah Who wants some brain? Who want a piece of him? Oh, shiiitty fuck Shiiitty fuck So, erstmal noch ein bisschen Looting jetzt hier oben rum, Freunde Ich hoffe, der bleibt jetzt erstmal liegen I really do hope so Okay So, gehen wir kurz hier oben gucken Gehen wir kurz hier oben einmal schauen Was wir hier oben noch schönes haben Ach Flint Mo- Okay Okay Der Controller dreht so heftig durch, ne? Alter Okay, was haben wir hier schönes? Ach, gucke an Gucke an, Freunde Ich glaube ich weiß, wo wir das benutzen können Ochsenstatue Ja Und weil da kommen wir wieder raus, ne? Hab ich jetzt unten alles gelootet? Komm ich jetzt eigentlich wieder runter? Warte mal stopp, ich kann auch hier Einfach runter Und dann Kann ich Glaube ich Hoffe ich Einfach wieder drauf drücken Let's open it up again Let's open it up again Kein Survival Horror Das ist ja einfach nur Hey Mensch, ich Baller alles Irgendwie Okay, so Richtig I guess Ah Okay Hier hat man glaube ich schon Eis durchsucht Dann Gehen wir mal nach vorne Wieder Hm Ich verstehe aber nicht, warum hier alles mit Stacheldraht zugemacht ist Als ob hier irgendwas richtig krasses drin ist Da verstecken die wahrscheinlich ihr Sexspielzeug, oder? Ihre Sextoys I guess so I guess so Das ist ja Spaß daran Bitte beruhigen Sie sich So Ochsenstatue Eine Metallstatue, die wie ein kopfloser Ochse aussieht Und jetzt ist es ein Centaurer Open up, this is the police Okay Okay, okay, okay What do we have here? Ah, stop, stop Oh Schieß auf mich, schieß auf mich Ah Nicht schießen, aber zumindest mal kaputt machen Ja, at least that Albert, is it's better? Yes I guess so I guess so Which means we have to put that one back into my chest If we are lucky enough to find my chest What do we have here? In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde Eine College Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste Von Miss Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur Berichte von vermissten Personen haben in den letzten zwei Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle Sie plant mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken Alissa Ashcroft, 19. Januar 2016 Ja, ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich die ganzen Personen hier irgendwo weggekommen sind Just a lucky guess Ja Just a lucky guess Was soll ich wiederholen? Ich habe nur gesagt, dass die, dass die Albert besser ist als die normale Pistole Und dementsprechend werden wir die normale Pistole dann in die Kiste packen, sobald wir eine neue Kiste finden Oder gleich nochmal zurück zur alten gehen Maybe we should do that, oder? Warte, kommentiert die einfach raus Hallo? Wie? Hat mein Daddy jetzt dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Tag, war einmal Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot Du bekommst das vielleicht sogar hin Was, was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden Okay Ich melde mich wieder Ich melde mich wieder, okay Just do that Just do that So, aber warte, ich muss doch nochmal zurück, wegen der Kiste Damit wir mal ein bisschen, bisschen Platz machen können, ja? Little space in my inventory Vor dem Chat gelesen, als ich das, ähm, viel Spaß dran geschrieben hab Äh, ja, ja, da hab ich im Prinzip nur was vorgelesen Albert is better than the cop gun Und dann hab ich kurz gesagt, dass ich jetzt die cop gun einfach in die Kiste pack In this one, genau Äh, und das auch Ähm, und das auch 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 Wobei brauchen wir effektiv grad Wobei, vielleicht bisschen was zu heilen ist bestimmt nicht verkehrt Das kann man auch wegpacken Und das auch Oh, that should be fine That should be fine That should be fine My friends Okay Vor allem Unser Leben ist noch bei der Hilfe Also bei gelb zumindest mal Also von daher brauchen wir uns jetzt grad noch nicht zu heilen At least I don't think so Hallo Aber kann ich jetzt ja einfach mitnehmen Da war da glaub ich irgendwie was, ne? Yeah Okay We have to put it back We have to put it back We have to put it back We have to find something else First Harry Potter Harry Potter Okay, Harry Potter lebt ja nicht Passiert Kann ich schon mal auch irgendwas hinpacken? Äh, das haben wir schon gelesen Urpendel Ach, Momente mal, Freunde Momente mal Wir haben doch hier hinten bei der Uhr Haben wir doch festgestellt, dass da irgendwas fehlt Something Was missing Right here Guck mal, jetzt immer noch Räumt Gott sei Dank keiner ab Ein bisschen Zigarettenstängelchen haben wir auch noch Freunde Also es ist ein Raucherhaushalt Könnt ihr einfach mal anmachen, wenn ihr bockig seid Sollte passen So Murica Oh yeah Wäre schon nice, wenn du das Game mal noch auf, äh, Madhouse durchspielen würdest Also ich wäre dabei, yes I guess so So Weißer Hundekopf Ich glaube das können wir schon mal direkt an die Tür dran pappen Hä? Moment Nikos Hardware Säge 24,99$ Einmal Seil 34,79$ Viermal Also insgesamt 139$ Und 16 Cent Tierhalsband 19,90$ Äh, 99$ 20 Mal? Ah Wahrscheinlich für jede Person eine oder was? Also für die 20 Personen 399,80$ Netto 563,95$ Steuer 22,26$ Und brutto 5,86$ Und 21 Cent Jo Jo Wissen wir da auch schon mal Bescheid Gab es hier noch was Schönes zu lesen? Oh hier gibt es noch mehrere Sachen 25. April Männlich 30er Schlank Gumbo 13. März Weiblich 50er Fleischig Sauté 30. Juni Männlich 20er Beleibt BBQ 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 9 10 10 10 10 11 11 12 12 10 11 12 10 14 25 15 15 17 vor allem ist dass wir irgendwie das absolut als total normal abstempeln dass dass die irgendwie überall auftauchen dann einfach da sitzt und ich denke zu hey mensch hier weiter warte je wird denn hier noch schönes freunde warte je wird denn hier noch schönes und dann haben wir noch küsse zum aufmachen that's sweet die steht auch auf abendliche spaziergänger ist auch was wert so machen wir hier mal auf ein bisschen muni ich bin immer noch am reden draußen flüssige chemikalien sehr gut sehr sehr gut nichts in hier machst du erst mal hier leer ne oh was seh ich denn da Wulschstatue let's take it eine abscheuliche haufen von wer weiß was also ich glaube ich glaube es wäre voll gut für die haut so ein schlammbad ist eigentlich gut für die haut oder ich gehe mit meiner laterne und meine laterne mit mir dort oben erleuchten die sterne und hier unten erleuchten wir erst mal ein bisschen kohle aus dem klo ziehen wer kennt das nicht oh oh hi die wird das hirn pulsiert tschüss tschüss in der scheiße steckst ich bin weg bye bye ich trau mich gar nicht umzudrehen es ist vorbei junge oh oh kein oh oh jetzt ist keine zeit dafür oder supi und was hat denn hand holy shit ich bin weg Vielen Dank.